Condition Monitoring mit Rexroth Sie wollen als Anlagenbetreiber Verschleiß frühzeitig erkennen und die entsprechenden Komponenten auf den Punkt austauschen? Rexroth bietet eine breite Palette an Dienstleistungen, die den Verschleißgrad von Komponenten, Modulen und Fluiden erkennen. Dabei geben maßgeschneiderte Analysen Aufschluss über den aktuellen Zustand Ihrer Anlage und notwendige Maßnahmen. Unsere lokalen Service-Spezialisten geben auf dieser Basis Hinweise zu notwendigen Wartungsarbeiten. Somit maximieren Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit und können die Total Cost of Ownership reduzieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017